Geschichten aus dem Momiental von Tove Jansson Ein schrecklicher Tag. Der zweitkleinste Homsa kroch am Zaun entlang. Manchmal blieb er regungslos liegen und beobachtete den Feind zwischen den Zaunlatten hindurch. Dann kroch er wieder weiter. Sein kleiner Bruder kroch hinterher. Als der Homsa beim Gemüsebeet angelangt war, legte er sich platt auf den Bauch und schlängelte sich durch den Salat. Das war die einzige Möglichkeit. Der Feind hatte Kundschafter ausgesandt, die waren überall. Ein paar flogen sogar durch die Luft. Ich werd ganz schwarz, sagt der kleine Bruder. Sei still, flüsterte der Homsa. Wenn dir dein Leben lieb ist, was glaubst du wohl, was man in einem Mangrovensumpf wird? Blau? Das hier ist Salat, sagte der kleine Bruder. Wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt bald erwachsen, sagte der Homsa. Dann wirst du genau wie Mama und Papa und das geschieht dir gerade recht. Dann siehst und hörst du ganz normal und damit meine ich, dass du weder siehst noch hörst. Und dann ist das aus mit dir. Oho, sagte der kleine Bruder und fing an Erde zu essen. Die ist vergiftet, bemerkte der Homsa kurz. Alles, was in diesem Land wächst, ist vergiftet. Und jetzt haben sie uns erblickt und das haben wir nur dir zu verdanken. Zwei Kundschafter sausten quer übers Erbsenbeet auf sie herab. Doch der Homsa tötete sie schnell. Keuchend vor Spannung und Anstrengung rutschte er in den Graben hinunter und blieb dort sitzen. Bewegungslos wie ein Frosch. Er lauschte, dass ihm die Ohren bebten und sein Kopf zu bersten drohte. Die anderen Kundschafter verhielten sich still, kamen aber sacht durch das Gras angekrochen. Durchs Präriegras. Zahllose Kundschafter. Hör mal, sagte der kleine Bruder vom oberen Grabenrand herunter. Ich will nach Hause. Du kommst wahrscheinlich nie mehr nach Hause, sagte sein Bruder düster. Deine Gebeine werden in der Prärie ruhen, bis sie weiß sind. Mama und Papa werden weinen, bis sie ertrinken und das alles führt zu nichts und weniger als gar nichts. Und schließlich ertönt über allem das Geheul der Hyänen. Der kleine Bruder öffnete den Mund, holte tief Luft und fing an zu schreien. Der Homsa hörte, dass dies ein Schrei war, der lange andauern würde. Daher ließ er seinen kleinen Bruder in Ruhe und kroch weiter durch den Graben. Die Stellung des Feindes hatte er vollkommen aus den Augen verloren. Er wusste nicht einmal mehr, wie der Feind aussah. Er fühlte sich im Stich gelassen und dachte wutentbrannt, wenn es nur keine kleinen Brüder gäbe, die müssten entweder groß auf die Welt kommen oder gar nicht. Die wissen nichts vom Krieg. Die müssten so lange in einer Schublade gehalten werden, bis sie etwas kapieren. Der Graben war nass. Der Homsa stand auf und wartete vorwärts. Es war ein sehr großer und sehr langer Graben. Der Homsa beschloss, den Südpol zu entdecken und stapfte platschend weiter. Mit der Zeit wurde er sehr müde, weil der Proviant und das Wasser zu Ende gingen und er leider von einem Eisbären gebissen worden war. Schließlich verkroch sich der Graben in der Erde und der Homsa besaß den Südpol ganz für sich alleine. Inzwischen war er im Moor angelangt. Das Moor war grau und dunkelgrün, ab und zu glänzte schwarzes, blankes Wasser auf. Überall wuchs weißes Wollgras, wie Schnee, und es roch richtig schön nach Moder. Das Moor ist verboten, dachte der Homsa laut. Für kleine Homsas ist es verboten und große Homsas kommen nie hierher. Aber außer mir weiß keiner, warum es so gefährlich ist. Spätnachts fährt hier der große Geisterwagen mit großen, schweren Rädern. Man hört ihn in weiter Ferne heranrollen, aber man weiß nicht, wer ihn lenkt. Nein, Hilfe, rief der Homsa aus und erschauerte. Plötzlich bekam er Angst. Die Angst fing tief unten im Bauch an und stieg langsam nach oben. Noch vor einer Minute hatte es keinen Wagen gegeben. Niemand hatte je etwas davon gehört. Dann hatte er ihn gedacht und schon war er da. Irgendwo in weiter Ferne wartete der Wagen nur auf die Dunkelheit, um angerollt zu kommen. Ich glaube, sagte der Homsa, ich glaube, ich bin lieber ein Homsa, der seit zehn Jahren auf der Suche nach seiner Heimat ist. Und jetzt fühlt dieser Homsa, dass er irgendwo hier in der Nähe wohnt. Er erschnupperte die Richtung und machte sich auf den Weg. Während er ging, dachte er an Schlammschlangen und lebendige Pilze, die hinter einem herkriechen, so lange, bis sie tatsächlich aus dem Moos heraufwuchsen. Die könnten einen kleinen Bruder mit einem einzigen Schnapp auffressen, dachte er betrübt. Vielleicht haben sie das ja schon getan. Sie sind überall. Ich befürchte das Schlimmste. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Es gibt ja Rettungsexpeditionen. Er begann zu rennen. Mein armer kleiner Bruder, dachte der Homsa, so klein und so dumm. Wenn die Schlammschlangen ihn erwischen, habe ich keinen kleinen Bruder mehr. Und dann bin ich der Kleinste. Er schluchzte und rannte. Seine Haare waren nass vor Entsetzen. Er stürzte durchs Gartentor am Holzschuppen vorbei und die Treppe hinauf und schrie und schrie, Mama, Papa, mein kleiner Bruder ist aufgefressen worden. Die Homsa-Mutter war groß und besorgt. Sie ängstigte sich ständig. Jetzt fuhr sie hoch, dass die Erbsen aus ihrer Schürze über den ganzen Boden kullerten und rief, Was? Wie? Was sagst du da? Wo ist dein kleiner Bruder? Hast du nicht auf ihn aufgepasst? Ach, sagte der Homsa und beruhigte sich allmählich. Er ist im Moor in ein Schlamm noch gefallen und dann ist fast sofort eine Schlammschlange aus ihrer Höhle gekrochen und hat sich um seinen dicken kleinen Bauch gewunden und hat ihm die Nase abgebissen. So ist das. Ich bin außer mir, aber was soll man machen? Schlammschlangen sind eben viel zahlreicher als kleine Brüder. Eine Schlange? schrie die Mutter. Doch der Vater sagte, beruhige dich, er flunkert bloß. Du wirst schon sehen, dass er flunkert. Und der Homsa-Vater schaute rasch auf den Hof hinaus, um sich gar nicht erst Sorgen machen zu müssen. Und da saß der kleine Bruder und aß Sand. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass man nicht flunkern darf? schallte der Vater und die Mutter weinte ein bisschen und sagte, sollte man ihn nicht besser verhauen? Vermutlich, sagte der Vater, aber das ist mir gerade zu viel. Er soll nur zugeben, dass es hässlich ist zu flunkern. Ich habe überhaupt nicht geflunkert, wandte der Homsa ein. Du hast gesagt, dein kleiner Bruder sei aufgefressen worden, obwohl das gar nicht stimmt, erklärte der Vater. Na, das ist doch prima, sagte der Homsa. Seid ihr da nicht froh? Ich bin unheimlich froh und erleichtert. Wisst ihr, diese Schlammschlangen können einfach jeden auffressen, mit einem einzigen Schnapp. Da bleibt nichts übrig, nur verlassene Einsamkeit, wo des Nachts die Hyäne lacht. Ach du liebe Zeit, sagte die Mutter. Ach du liebe Zeit. Also ist alles gut gegangen, fasste der Homsa fröhlich zusammen. Gibt es heute Abend einen Nachtisch? Da wurde der Homsa-Vater plötzlich ärgerlich und sagte, heute Abend kriegst du keinen Nachtisch. Du kriegst überhaupt kein Abendessen, bevor du nicht einsiehst, dass man nicht flunkern darf. Aber das ist doch klar, dass man das nicht darf, sagte der Homsa verblüfft. Das wäre hässlich. Da siehst du es, sagte die Homsa-Mutter. Lass den Kleinen essen. Er versteht sowieso überhaupt nichts. Oh nein, sagte der Homsa-Vater. Wenn ich gesagt habe, er kriegt kein Abendessen, dann kriegt er kein Abendessen. Der arme Vater bildete sich nämlich ein, dass der Homsa ihm nie mehr glauben würde, wenn er sein Wort zurücknehme. Also musste der Homsa bei Sonnenuntergang ins Bett. Er war sehr verbittert über seine Eltern. Natürlich hatten sie sich schon oft schlecht benommen, aber doch nie so unmöglich wie heute Abend. Der Homsa beschloss davon zu laufen. Nicht um sie zu bestrafen, nein, er hatte sie nur plötzlich herzlich satt. Und dass sie nicht in der Lage waren, zu verstehen, was wichtig oder gefährlich war, fand er sehr lästig. Sie zogen einfach einen Strich durch das Dasein und sagten, auf der einen Seite sind lauter Sachen, an die man glauben und die man beschützen kann und auf der anderen Seite ist alles unnötig und erfunden. Ich würde sie gerne mal, Auge in Auge, mit einem Rotomom sehen, murmelte der Homsa, während er die Treppe nach unten schlich und zur Hintertür hinaus huschte. Da würden sie ganz schön staunen oder von mir aus auch mit einer Schlammschlange. Ich kann ihnen ja mal eine schicken, aber in einer Schachtel mit Glasdeckel. Schließlich will ich dann ja doch nicht, dass sie aufgefressen werden. Der Homsa ging zurück zu dem verbotenen Moor, um sich selbst zu beweisen, dass er selbstständig war. Inzwischen war das Moor blau, beinahe schwarz und der Himmel tiefgrün. Tief unten am Horizont lief ein leuchtgelbes Band aus Sonnenuntergang und machte das Moor entsetzlich groß und traurig. Ich flunkere nicht, sagte der Homsa und ging platschend weiter. Alles ist echt, der Feind und der Rotomomb, die Schlammschlangen und der Geisterwagen. Die sind genauso wirklich wie zum Beispiel die Nachbarn und der Gärtner und die Hühner und der Tretroller. Und dann blieb der Homsa im Rietgras stehen, ganz still und lauschte. Irgendwo hinten im Moor rollte der Geisterwagen los. Er schickte rote Lichtblitze übers Heidekraut. Er knirschte und knarrte und fuhr schnell und immer schneller. Warum hast du ihn dir auch vorgestellt, sagte sich der Homsa. Da ist er jetzt. Lauf! Die Grasbüschel schwankten und gaben unter seinen Pfoten nach. Schwarze Wasserlöcher starrten wie Augen aus dem Rietgras und der Schlamm kroch zwischen seine Zehen hoch. Denk bloß nicht an die Schlammschlangen, sagte der Homsa und musste sofort an sie denken, und zwar so heftig, dass sie samt und sonders aus ihren Löchern kamen und sich die Schnurrhaare leckten. Wenn ich doch nur so wäre wie mein dicker, kleiner Bruder, rief der Homsa verzweifelt. Der denkt mit dem Bauch und isst Sägemehl und Sand und Erde, bis er nicht mehr kann. Einmal hat er versucht, einen aufgeblasenen Ballon aufzuessen. Wenn ihm das gelungen wäre, hätten wir ihn nie wieder gesehen. Dieser Gedanke verzauberte den Homsa so sehr, dass er stehen blieb. Ein kleiner, dicker Bruder, der in die Luft hinauf segelte. Die Beine standen hilflos ab, die Schnur hing ihm aus dem Mund. Oh nein! Weit draußen im Moor leuchtete ein Fenster. Seltsamerweise war das nicht der Geisterwagen, sondern nur ein kleines, viereckiges Fenster, das stetig hell leuchtete. Da gehst du jetzt hin, sagte sich der Homsa, und du musst gehen, nicht rennen, weil du dann Angst kriegst, und du darfst an gar nichts denken, musst einfach gehen. Das Haus war rund, also wohnte vermutlich irgendeine Mümler drin. Der Homsa klopfte. Er klopfte mehrmals und als niemand aufmachte, trat er ein. Drinnen war es warm und gemütlich. Die Lampe stand auf dem Fenstersims und machte die Nacht pechschwarz. Irgendwo tickte eine Uhr, und oben auf dem Schrank lag eine sehr, kleine Mümler auf den Bauch und guckte ihn an. Hallo, sagte der Homsa, ich habe mich in letzter Minute gerettet. Schlammschlangen und lebendige Pilze, du hast ja keine Ahnung. Die kleine Mümler schwieg und musterte ihn kritisch. Dann sagte sie, ich bin Müh, ich habe dich vorhin gesehen. Du hast einen kleinen, dicken Homsa gehütet, und dabei hast du die ganze Zeit vor dich hingemurmelt und mit den Pfoten in der Luft herumgefuchtelt, haha. Na und, sagte der Homsa, warum hockst du auf dem Schrank da? Das ist doof. Für gewisse Leute, sagte die kleine Müh gedehnt, für gewisse Leute wäre das vielleicht doof, aber für mich ist das die einzige Rettung vor einem grauenvollen Schicksal. Sie beugte sich über die Schrankkante und flüsterte, die lebendigen Pilze sind inzwischen schon im Salon. Was, fragte der Homsa, von hier oben aus sehe ich, dass sie auch draußen vor der Tür sitzen, fuhr die kleine Müh fort. Sie warten. Ich würde dir empfehlen, diesen Teppich zusammenzurollen und ihn vor den Türspalt zu legen, sonst machen sie sich flach und kriechen unter der Tür herein. Stimmt das wirklich? fragte der Homsa und bekam ein Kloß im Hals. Diese Pilze, die gab's heute Morgen nämlich noch nicht, die habe ich erfunden. So, sagte Müh herablassend, auch die klebrige Sorte? Die Sorte, die wächst und wächst wie ein dicker Filz und an den Leuten hochklettert und kleben bleibt? Ich weiß nicht, flüsterte der Homsa und zitterte. Ich weiß nicht. Meine Oma ist schon zugewachsen, erwähnte die kleine Müh nebenher. Sie ist da drin im Salon, oder besser gesagt, das, was noch von ihr übrig ist. Sie sieht wie ein großer grüner Haufen aus, oben gucken nur noch ihre Schnurrhaare raus. Vor die Tür zum Salon kannst du auch einen Teppich legen, falls das überhaupt hilft. Das Herz des Homsas klopfte heftig, und seine Pfoten waren so steif, dass er es kaum schaffte, die Teppiche zusammenzurollen. Irgendwo im Haus tickte die Uhr weiter. Dieses Geräusch, das sind die Pilze, die gerade wachsen, erklärte die kleine Müh. Die wachsen und wachsen, bis die Türen platzen, und dann kommen sie auf dich zugekrochen. Hol mich auf den Schrank rauf, schrie der Homsa. Hier ist kein Platz mehr, sagte die kleine Müh. Es klopfte an der Haustür. Komisch, sagte die kleine Müh und seufzte. Komisch, dass sie sich die Mühe machen, anzuklopfen, obwohl sie doch einfach hereinkommen könnten, wenn sie Lust haben. Der Homsa stürzte vor zum Schrank und versuchte, daran hochzuklettern. Es klopfte noch einmal. Müh, es klopft, rief jemand im Haus. Ja, ja, schrie die kleine Müh. Die Tür ist offen. Das, das war meine Oma, erklärte sie. Unglaublich, dass sie immer noch sprechen kann. Der Homsa starrte die Salontür an. Langsam öffnete sich ein kleiner, schwarzer Spalt. Der Homsa schrie und rollte sich unter das Sofa. Müh, sagte die Oma. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du die Haustür aufmachen sollst, wenn es klopft? Und warum hast du einen Teppich vor die Haustür gelegt? Und warum darf ich nie in Ruhe schlafen? Die Oma war sehr alt und ärgerlich und hatte ein weites, weißes Nachthemd an. Sie durchquerte das Zimmer, öffnete die Haustür und sagte, Guten Abend. Guten Abend, sagte der Homsa-Vater. Entschuldigen Sie die Störung, aber haben Sie möglicherweise meinen Sohn gesehen, den zweitkleinsten? Der ist unter dem Sofa, schrie die kleine Müh. Du kannst hervorkommen, sagte der Homsa-Vater. Ich bin dir nicht böse. So, so, unter dem Sofa. Naja, sagte die Oma müde. Natürlich ist es nett, Besuch von einem Enkelkind zu bekommen und die kleine Müh darf ihre Freunde gern jederzeit einladen. Aber mir wäre es lieber, sie würden tagsüber spielen und nicht nachts. Es tut mir wirklich schrecklich leid, sagte der Vater schnell. Nächstes Mal kommt er bestimmt am Vormittag. Der Homsa kroch unterm Sofa hervor. Er sah weder Müh noch ihre Oma an, sondern ging geradewegs zur Tür und in die Dunkelheit hinaus. Der Vater ging neben ihm her, ohne etwas zu sagen. Der Homsa war so gekränkt, dass er fast weinte. Papa, sagte er, dieses Mädchen, du ahnst gar nicht, da gehe ich nie mehr hin, fuhr er heftig fort. Sie hat mich reingelegt, sie hat geflunkert, sie flunkert so fürchterlich, dass einem schlecht wird. Das verstehe ich, sagte der Vater tröstend. So etwas kann äußerst unangenehm sein. Und damit gingen sie nach Hause und aßen den ganzen Nachtisch auf, der noch übrig war. aczego kann äußern den ganzen Tag werden. Untertitelung des ZDF schon immer. Vielen Dank.